Ein einfaches Etikett, kein teures Glanz-Goldpapier, nur ein simpler Kronkorken, keine teure TV-Werbung. Und alles in einem gebrauchten Kasten, dieser Spahn, es geht an sie, wir haben so gut wie an allem gespart, außer an der Qualität des Bieres. 5.0 Original ist ein Pistbier, geraut nach dem deutschen Einheitsgebot. Zutaten, Wasser, erst einmal zu eropfen, setzen sie ihr Geld besser ein. Wir zahlen sie jetzt weniger für ein gutes Bild und der Stickschnack. 5.0 6.0 7.0 7.0 38.0 38.0 40.0 48.0